So, und wenn ich jetzt arbeiten gehe, darf ich nicht vergessen, den ganzen Scheiß rauszuholen. So, wer wollte die Bottle of Joshua? Möchte die. Joshua, du bist doch hier, genau. Give Bottle of Medicine. So, so verdient man sich hier die Kohle. Mika. Aha. Same stuff as yesterday. Genau so. Okay. Oh, Roll Call. Jar of Ink habe ich auch. Ja, im Roll Call distracte ich mal, ne? Den sollte ich abbieten? Egal. See ya. LOL. So. Haben wir abgebietet, wieder Geld bekommen. Oh, eine Socke. Wie passend. Da war doch was mit Socken. Oh, ne Socke. Ich nehm die Socken jetzt einfach alle mit. Toothbrush. Sollte ich mir das jetzt mal anziehen? Mal gucken, was wir damit reißen. Ich darf halt nur nicht jetzt durch böse Dinger durch. Da darf ich nicht rein. Oh, ist das schön, wenn die nichts sagen. Jetzt testen wir es mal. Nein. Mit, äh, Guard Outfit kann man... Äh, somehow Pierre. Ja gut, Pierre, da können wir drüber reden. Ich möchte mal was ausprobieren. Dafür muss ich leider durch so ein Ding. Und deswegen... Ich hab wieder nicht aufgepasst, welche Kackei-Zellen durchsucht werden. Hoffen wir einfach, dass es nicht meine waren. So. Oh, was. Okay, die erkennen mich doch. Oder wie? Okay, ich hab jetzt, glaub ich, nur... Das Outfit verloren, hoffe ich. Oh Gott. Die erkennen mich trotzdem? Oh. Oder nur, wenn ich arbeiten muss. Das kann natürlich sein. Jetzt hab ich hier... Oh Gott, das ist ja noch schlimmer, das Inventar, als vorher. Jetzt hab ich hier zwei Socken im Inventar, wo ich eigentlich eine Batterie reintun wollte. Damit ich eine lustige Waffe hab. Weil anscheinend geben die Waffen ja auch nicht mehr Schaden oder so. Das sind einfach Waffen. Glaube ich. Vermute ich. Hoffe ich. Weil es gibt keine Stats. Woher sollte ich die Stats kennen? Schon nicht im Internet-Wiki oder so. Inventarulich? Fool. Ich weiß. Brauchst du mir nicht sagen. Aha. Ich weiß nicht, warum ich mich immer da rausnehmen will. Komm schon. So. Warum läuft er da draußen rum? Man macht nicht seinen Job. Hier, Officer. Officer. Klappt das? Worth a try. Worth a try. Na, ist egal. Ist egal. Ist hier in den Klos eigentlich zwischendurch mal was drin? Das tut mir leid. So toll, das ist blockt. Hallo. Äh. Find a jar of ink. Und beat up own. Okay. Und für own muss ich auch noch was machen. Ein Pfeil von Pierre holen. So viele Namen. Ich geh jetzt nicht mehr arbeiten. Lohnt sich nicht mehr. Das lohnt sich nicht mehr. So ein Igenkab ich sogar. Oh Gott. Warum lag das Spiel denn gerade so? Also die Aufnahme lag gerade. Was ist hier los? Ach ja. Ja. Ich bin nicht arbeiten. Ist okay. Ja. Ich wurde gekündigt. Endlich frei. Frei. Warte. Ich muss eben einen neuen Job annehmen. Jetzt bin ich wieder zu dumm dafür. Oh Mann. Äh. Muss ich irgendwie mal distracten? Äh. Owns Fall von Pierre. Und own muss ich auch noch beat downen. Sang. Was hat Sang denn so? Oh Sang hat wieder ein Gout Outfit für mich. Wie nett von dir Sang. Was hat Shelby? Shelby hat Sleeping Pills. Was man mit dem wohl machen kann? Ich weiß es nicht. Pierre mein Freund. Hast du? Ist ja einer nackt. Hier Shelby. Du bist nackt. Zieh dir was an. Äh. Ich muss so viel tun. So viel machen. Ich fang jetzt an mit Owen verkloppen. Oh. Jar of Ink für Markus. War doch Markus. Markus. Sagt der whatever. Und jetzt Owen verkloppen. Verdammt. Ich hab nicht geguckt, wo Owen ist. Da ist Owen. Owen. Du möchtest doch bestimmt. Du möchtest doch bestimmt wieder reingehen. Moment mal. Ach. Mit als Waffe ausgerüstet kann ich überall durchgehen? Okay. Whatever. Geh doch wieder rein. Hier erschießen die mich doch. Toll uns ist nitsch. Du bist Owen. Gehst du jetzt wieder raus? Ach Owen. 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 Geh rein. Und geh in einen verdammten dunklen. Oder hier rein. Nein. Was ist denn das? Das ist anstrengend. Owen. Wir haben nicht ewig free Zeit hier. Komm. Hick. Könntest du jetzt bitte wieder. Was ist das? Könntest du bitte reingehen? Kann man sich hier drin verstecken? Dann habe ich Owen verloren. Und es ist Dinner. Man spielt lag. Was ist da los? Das ist ein Pixelspiel. Pixelspiel. Ach Owen. Ich setze mich jetzt hin und esse einfach nix. Streike. Diese Step-Leaders. Überall. Oh, da ist eine Quest. Hansi. Hansi Freund. Bevor du dich. Nein. Scheiße. Das habe ich verdient. Aber das ist dämlich. Ach, die doofe Leertaste. Und ich denke so. Was ist jetzt kaputt? Jetzt gib mir deine Fuck-Kette. Fight mir baiten. An die Feinden tue ich den eh nicht. Moment. Moment. Ah, Moment. Ich kaufe dir noch kein Baiten für 17 Dollar. Hey. Gib mir doch die fucking Quest. Get it back. Joshua. Okay. Ich beende den Tag jetzt noch und dann nöge ich auf. Das macht keinen Sinn mehr. Viel zu anstrengend. Wir brauchen einen Plan. Socken habe ich. Was tun wir noch? Ich muss mir im Internet, glaube ich, mal die ganzen Crafting Guides angucken. Wenn das denn erwünscht ist und erlaubt. Damit wir mal ordentlich coole Sachen craften können. Das kennt ihr. Ich finde ja für vieles nicht die Nodes. Das ist ja auch. Ich lache, ne? Ich gehe mal nicht duschen. Ich bin ein Dirty Boy. Warte mal. Wer sollte das? Hans. Nee, Hanses Pack Joshua. Hans Pack Joshua. Ich habe jetzt Zeit. Oh, eine Battery. Ist das eine Waffe? Sag ich doch. Sag doch, das ist eine Waffe. Voll geil. Ich habe jetzt eine Socke als Waffe. Was hat denn der Darren so? Markus. Ich muss eigentlich zu Joshua. Das ist er. Ich habe schon wieder auf die Leertaste stehen. Joshua hat es bei sich. Ist ja geil. So, wen sollten wir abbieten? Oh, wenn du bist ein Drecksack. Wo bist du denn jetzt? Oh, wenn du bist ein Drecksack. Wo bist du denn jetzt? Eine Peitsche? Das ist sogar möglich. Theoretisch. Hey Owen. Owen. Ich sehe dich. Ich verkloppe dich. Oh nein. Nein, 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 nein. Was? Ach, die Kamera hat mich gesehen. Zählt nur nicht, weil ich ihn jetzt nicht verkloppt habe. Zählt das nicht. Ich bin natürlich traurig. Hier, brauchst du einen Katerfit. Was ist denn jetzt los? Oh Gott. Ich habe Rennen trainiert, Bitches. Ihr kriegt mich nie. Ich wollte ihn jetzt nochmal verkloppen. Das wäre lustig gewesen. Aha. Ich weiß nicht so ganz, was ich gerade mit mir anfangen soll. Der Owen. Dass der Owen jetzt nicht verklopft wurde. Kann ich Owen mitnehmen? Liegt er noch da? Nee, er ist aufgestanden. Nö, der ist weg. Hallo, Markus. Wo ist Owen? Ich müsste Owen doch nochmal verkloppen. Das tut mir leid. Ach so. Moment. Und man kann noch. Moment. Ähm. Das habe ich nämlich hier gelesen. In der Help. Man kann. Äh. Buddies rekrutieren. Aber nur, wenn die eine hohe Meinung von mir haben. Und das geht nur, wenn ich. Ich glaube, wenn die grün sind. Also Mason zum Beispiel. Und dann gehen die mit mir mit. Und verprügeln die Leute. Aber ich habe keinen, der grün ist. Hey du, Buddy. Habe ich irgendeinen Buddy? Buddy. Buddy. Ich habe keinen Buddy hier. Ich muss mal netter sein. Hm. Bei dem Markus, der ist schon ein bisschen grün, oder? Markus? Was ist los? Markus? Markus? Oh, keiner will mein Buddy sein. Ist aber auch ein Problem. Markus, pass auf. Du bist ein starker Bursche, ne? Das sehe ich, ja? Opinion 3. 64. Oh, Markus. Markus, pass auf. Also. Wir kennen uns ja jetzt schon länger, ne? Markus. Ah, die Opinion steigt dadurch nicht. Verdammt. Ich dachte, man kann die bestechen. Bestechen? Ich dachte, jetzt verkauft er meine Sachen, die ich ihm gerade gegeben habe. Das wäre es ja gewesen. Oh, noch Crafting Note. Ich habe Markus gerade Geld gegeben. Das ist natürlich ärgerlich. Naja. Dann verabschiede ich mich schon mal. Wir sehen uns dann im nächsten Part von The Escapist. Und hoffen, dass wir bis dahin etwas mehr Erfolg haben. Also wir haben ja immer so einen kleinen Teil Erfolg. Wir lernen neue Sachen. Wir erfahren neue Sachen. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass ich mit einer Waffe durch diese doofen Scanner laufen kann. Ich glaube, das habe ich vorher nicht gewusst. Wir wissen jetzt, dass wir ein Pappmaché-Ventcover machen können. Und also ein Stuff. Und ich werde, glaube ich, mal in eine Crafting-Liste gucken. Um das mal rauszubekommen, was da noch so ist. Und wir haben ja noch einen Spatula und einen Sheetrope. Das darf ich nicht vergessen. Wir sehen uns dann im nächsten Part von The Escapist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020